Hallo, mein Name ist Janett Pyrkosch und ich möchte Ihnen heute die Voyager of the Seas vorstellen. Bei ihrer Jungfernfahrt 1999 war die Voyager of the Seas das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Auf 15 Decks bietet sie auch heute viel Platz für jeden einzelnen der 3.114 Passagiere. Als erstes möchten die Gäste meist gleich ihre Kabinen begutachten. Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Kabinenkategorien. Es gibt einfachere Kabinen mit Promenadenblick oder luxuriöse Suiten mit Balkonen und kostenlosem Concierge-Service. Auf den atemberaubenden Meerblick müssen Sie natürlich auch bei den Balkon- und Außenkabinen nicht verzichten. An den Seetagen haben Sie die Möglichkeit, die zahlreichen Attraktionen an Bord zu entdecken. Genießen Sie die Sonne und die frische Meeresluft auf dem Pooldeck. Sie können sich in zwei großen Pools, an einer Kletterwand und auf dem Volleyballfeld nach Herzenslust austoben. Entspannung finden Sie dann in den Whirlpools, die bei Jung und Alt sehr begehrt sind. Doch auch im Inneren des Schiffes gibt es viel zu erleben. Die Royal Promenade lädt Sie zum Flanieren ein. Zahlreiche Shops, leckeres Essen und vor allem die köstlichen Shakes sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Auch Kinder sind auf der Voyager of the Seas immer herzlich willkommen. Neben dem Adventure Ocean finden die Kleinen immer neue Treffpunkte an Bord. Alle Sportbegeisterten treffen sich im Fitnessstudio auf dem Laufband oder bei einem der Kurse. Pilates, Spinning oder Yoga sind nur die Klassiker unter einem breiten Angebot. Und manche der Kurse finden sogar unter freiem Himmel statt. Gutes Essen darf im Urlaub selbstverständlich nicht fehlen. Generell stehen Ihnen mehrere verschiedene Restaurants zur Auswahl. Zu beachten hierbei ist, dass die Spezialitäten Restaurants nicht im Reisepreis inklusive sind. Auch die meisten Getränke zum Essen müssen extra gezahlt werden. Es sei denn, Sie buchen vorab ein Getränkepaket hinzu. Besonders in Erinnerung bleiben den Gästen oft die beeindruckenden Shows des professionellen Ensembles. Auf der Eisfläche und im Theater zeigt es sein Können. Beim Blackjack, Roulette, Craps oder an den Spielautomaten. Versuchen Sie Ihr Glück im Casino Royale, ehe Sie auf dem Pooldeck den Abend unter freiem Himmel ausklingen lassen. Die Voyager of the Seas garantiert mit den vielen Freizeitmöglichkeiten einen unvergesslichen Urlaub auf See. Wenn ich Sie neugierig gemacht habe oder Sie weitere Informationen wünschen, erreichen Sie mich über www.dreamlines.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800 4455 155. Lassen Sie sich bei der Auswahl Ihrer persönlichen Kreuzfahrt beraten. Wir freuen uns auf Sie. in den Türen, in der Türen und Vakaufung hat. Die Verkaufung ist dabei, wenn Sie sich bei der Verkaufung voran stellen. Vielen Dank.